Es gibt Momente, in denen ich angreifen muss. Da ist es nicht so, dass ich warte, bis er mich angreift, sondern ich greife an. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever. Ich greife an. War es zu schnell für dich? Okay, ich zeige es noch ein bisschen langsamer. 1, 2, mit dem Ellbogen, eigenen Arm bricht und ich gehe gerade wieder füllen. Wenn es immer noch zu schnell ist, weisst du, wo du unsere Kunst lernen kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen.